Sechs Themen, zwei Hosts und ein Gast an den Buzzern. Das ist Wer wie Buzz, der neue Wissens-Podcast für die ganze Familie. Hi, wir sind Claudia und Marco, die Hosts von Wer wie Buzz. Hier entscheidet ihr, worüber geredet wird und wie lang. Wir erzählen euch was über leuchtende Tiere, künstliche Intelligenz, saudische Fußballclubs oder Taylor Swift. Was? Aber wir sitzen hier nicht allein im Studio. Also mein Name ist Fiete, ich bin zwölf Jahre alt. Hallo, ich bin Emma, ich bin elf Jahre alt. Ich bin Johannes, bin 14 Jahre alt. Unsere Studiogäste entscheiden per Buzzer, wie interessant unsere Themen sind. Langeweile wird einfach weggebuzzert. Fiete, ich habe dir was zu den Wikinger mitgebracht. Hast du Bock? Tut mir leid, tut mir leid. Interessiert dich überhaupt nicht die Wikinger? Das ist so ein Thema, das hatte ich schon oft in der Schule. Und in jeder Folge gibt es eine Challenge. Das ist richtig scharf, das ist wirklich richtig scharf. Okay, alle zwei Wochen erscheint eine neue Folge auf spiegel.de und überall da, wo es Podcasts gibt. Wer wie Buz ist der Podcast von dein Spiegel, dem Kindermagazin des Spiegel. Also, hört doch mal rein. Ist schon eine gute Idee, glaube ich.